Musik Musik an, Jetpack Troid, der Soundtrack und eine neue Let's Play Folge von Minecraft Du fährst mir immer ins Wort, ich hasse dich scherzt Du Sack Foul aus Sack, bitte Ja Komm, Rafa Was? Die Musik ist noch ein bisschen zu laut So Okay, das, das So Unsere Welt So, ich kann mich erinnern, dass wir uns letztes Mal ziemlich viele Creep explodiert sind, dass hier ein Skelett ist, das jetzt anders ausschaut Das hat zuvor Creeper, Alter, was wollt ihr mich verarschen? Was geht mit dem? Ja, wir sparen einfach weiter Lassen wir uns nicht stimmen So So Wir sehen auch so aus wie Kale oder so von Barbie, wenn wir das Kennen Ich hoffe, wir sind jetzt nicht zu leise, aber ja Soll ich nicht noch ein bisschen die Musik leise drehen? Die kommt mit grad Solo outfahre Okay, dann mach Ja, noch ein bisschen leiser Ja Ja, ich glaub, Jetpack Try Ride ist ein ziemlich lautes Link Ja, so, so passt's auf jeden Fall Ehm, tut du 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 Let's gett und nirgends trois Ich weiß nicht ob Skyler schon war Ich weiß nicht, ob Skyler schon da war Ich weiß nicht, ob Skyler schon da war hinwachen es sich gar nicht weil es kommt dann ist doch das ist ja schon viel zu ja das ist es du bist wirklich so ein so in die so dass wir jetzt unsere wahrscheinlich was würden das wer kommt vielleicht so in die Richtung mit Schaust ja ganz klar bei ersten die Chance aus nicht bittschmerzen bieb schaust und wir schauen aus dem biert ja genau mein holz so das jetzt wird es dann gleich aus und wir haben nur den Baum meine laufende und das ist jetzt mega man 16 denn bitte wenn es muss doch nicht immer dazu weil es keiner will hast du recht natürlich habe ich recht hahaha gut dass ich mich nicht selbst überschätze ach komm ey leck mich lecken tut sie ja gottse dank nicht komm das war jetzt echt ein flacher witz hätte schon weh dann so flach war jetzt gemacht angriff angriff kommt wer mein Holzschwert ich habe im Kindergarten ich habe im Kindergarten kämpfen gelernt komm alter trotzdem hell au genau zwischen die Eier natürlich zwischen Hühnchen au scheiß ich habe ja noch nicht einmal eine Rüstung wir brauchen Fleisch wieso musste ungerecht ausgerechnet unter ich habe ne Idee ich habe ne Idee ich habe ne Idee ich habe ne Idee haben wir was ich habe nicht da mal eine Erde Alter der Neuer der Abmahn hast du recht mach mal schnell ne Schaufel ne toll ohne hol durch mit dem mit dem das heißt dass sie sich hoch hätte ich mich gehen okay jetzt soll sich was geht so und zack und eine Schaufel jetzt machen wir uns bereit für den Kampf ja welchen Kampf weg wo ich will sowieso dann nur durch Holz das jetzt jetzt wird ja nur ne Gartenhütte wir brauchen unbedingt Fleisch und verreckt man gleich ja aber da unten sind Schafe wollte ich gerade sagen in drei Wolle haben wir was eigentlich ich nicht so mag dass sie nur Wolle geben weil ja eigentlich Schafe geben ja auch Fleisch was soll's komm die Musik noch jene jetzt fahre drüben sind so viele Skelette und Grieber und Bum Bum und die wollen jetzt alle Töten ja so lecklich hallo 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 ich wicke gerade dem den komischen Typen zu und unsere Schaufel ist schon wieder groß was ist das für gerade ne Krüppel Scheiße daran hab ich nicht auf Krüppelmusik dünn scheiße daran hab ich nicht auf ha 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 sorry ich muss ihn jetzt scheiße daran hab ich nicht auf oh scheiße dran hab ich da oh da bauen wir auch ein Haus hin und da bauen wir auch ein Haus hin ich hätte ne echt geile Idee ich hab 35 geile Idee und damit Skylines äh verbinden was ich mach jetzt kann da mein Kopfhörer bleibt nicht meine Mutter bleibt nicht ja die sollen gar nicht komm jump yeah so und jetzt hauen nehm den Schatten weg das ist ja taktischer ding 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 ja 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 Todes und wo ist der Creeper Irgendwo hier war noch der Schlüssel Scheiße die jetzt brauchen wir auf jeden Fall vielleicht ja hier so gestanden ob das weg so ich hab mich dann auf jeden Fall den Aufgang hast du da fast runter ach so hier fast schon knapp einher mal gleich stein und sowas vor der Haustür scharfe Planschen im Pool gebt ihr da äh wir gibts nirgends ne Kuh und wir verrecken alter ein Fall schon uff uff versuch's ganz vor das überleben wir nicht Junge Junge wie kommen wir da runter uuuh uuuh das geht nicht ja aber ja ich will nicht gleich sterben uuuh versuch dich da irgendwie am Weg rüber zu bauen oder du gehst da rüber und versuchst dann da und da 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 rechts da passt da passt uuuh oh mein Gott ein Creeper Spaß Alter spiel das jetzt ganze Zeit jetzt nicht mehr mal das leck mich ne das war ein anderer 16 Bit Soundtrack wir haben total viele Mega Man 16 Bit Soundtracks ü까 ich weiß nicht mehr haben die, irgendwie taugt Duhuhu Wahri ne ich geh jetzt mal ein bissl lauter Uun Proge Patli ja warte links rechts links da das ist ja auch kommt er in Richtung Waldgericht und Waldjungen ja nicht mehr ein alter Da, da ist Rüstet, da kommt, äh... Man nennt wasser, man hat's nicht recht, wie du magst. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.